Freunde, bereucht euch. Bereucht euch, Freunde. Ich muss dazu unbedingt sagen, dass eigentlich dieses Lied ist, jetzt ist es unsere, dass dieses Lied eigentlich mein Zugang zu dieser Sendung und zum Text war. Ja, das Lied, was jetzt gleich kommt. Ja, das ist ein Lied von Text, das heißt Wehtun und deshalb brauchen wir eigentlich den Text auch wieder da vorne. Seit zig Millionen Jahren laufen wir hin und her und schlafen und essen und schreien. Seit zig Millionen Jahren wissen wir Bescheid und manchmal nicht aus und nicht ein. Manchen von uns rast das Herz, sie beten und hoffen auf andere von uns. Manche von uns retten den Tag für andere von uns. Aber warum müssen wir uns so weh tun? Warum reißen wir uns die Seelen aus dem Land? Und warum müssen wir uns immer so weh tun? weh tun? Aber warum müssen wir uns so weh tun? Warum reißen wir uns die Seelen aus dem Bleib? Und warum müssen wir uns immer so weh tun? Sovettung Aber warum müssen wir uns so wehtun? Warum reißen wir uns die Seelen aus dem Leib? Und warum müssen wir uns immer so wehtun? Aber warum müssen wir uns so wehtun? Warum reißen wir uns die Seelen aus dem Leib? Und warum müssen wir uns immer so wehtun? So wehtun Sovettung 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 Sovettung